Hallo und herzlich willkommen hier zu den Stöpselkopf News Nummer 11 und wie gewohnt zum Anfang, nein, heute leider tatsächlich nicht. Für die einen oder anderen ist das jetzt gerade schon die Frage, die als erstes auf den Lippen brennt, was ist denn mit den Abonnenten passiert? Und zwar, ich habe da am, nee, nicht Sonntag, nicht Samstag, am Freitagmorgen habe ich eine E-Mail bekommen von einem Abonnenten von YouTube und der sich als erstes mal bei mir entschuldigen möchte. Und ich lese das am besten jetzt einfach mal vor, ich habe es gerade noch hier. Hallo Jörg, ich überspringe jetzt gerade erstmal den schnulzigen Teil, der ganz zum Anfang kommt. Und sorry, da bin ich jetzt auch nicht gerade so gut gestimmt, solchen Sachen entgegen. Wie du vielleicht schon festgestellt haben, fehlen dir jetzt 72 Abonnenten. Richtig, ist mir aufgefallen. Um dein Projekt des Abonnentenzählers voranzutreiben und dein Wunschprojekt zu erfüllen, habe ich ein paar Accounts eröffnet und dich abonniert, sodass du dein Ziel schnell erreichst. Ja, schöner Gedanke an dieser Sache, aber irgendwie auch am Thema vorbei. Weil letztendlich, klar, dieses Abonnentenspecial, beziehungsweise mit diesem Abonnentenzähler, klar, habe ich natürlich auch ein Ziel damit. Für mich selber auch, um das zu erreichen, möchte ich natürlich auch alles geben. Aber ich glaube, das ist nicht Sinn und Zweck, dass man sich dann, was waren es, 70 Accounts erstellt, nur damit ich mein Ziel erreiche. Letztendlich bringt mir das in dem Punkt nur das Ziel, dieses Ziel zu erreichen. Aber letztendlich, dass viele die Videos schauen, in dem Sinne hilft mir das überhaupt nicht. Und klar, dieses Projekt ist natürlich auch ein Traum von mir, gebe ich auch offen zu. Aber ich glaube, es bringt letztendlich nichts. Hätte ich jetzt nicht so einen, sag ich das mir, mir persönlich gut gestimmten Sponsor, der mir diese ganze Sache erst mal finanziert. Danke an dieser Stelle jetzt gleich sowieso nochmal. Und würde er mir jetzt eigentlich, naja, wie soll ich es formulieren? Wenn er mir jetzt nicht so sehr vertrauen würde, könnte er mir so etwas ja auch selber unterstellen. Sprich, dass ich hier sitze den ganzen Abend, mir einen Account nach dem anderen anlege und mich abonniere und abonniere und abonniere. Damit ich schnell diese Flasche voll habe, beziehungsweise das Geld für mein Projekt habe. Und letztendlich ihm das Geld einfach aus den Hosentaschen leier. Und ich habe ihn natürlich daraufhin auch gleich angerufen, habe ihm das mitgeteilt, habe ihm auch angeboten, dass ich ihm gerne auch die E-Mail weiterleiten kann. Aber er war mir da jetzt auch schon so gestimmt, dass er sagt, naja, ist blöd gelaufen. Und wie man in solchen Sachen verfährt, also was jetzt das Geld ja schon in dieser Flasche angeht, hatte ich ja auch schon zum Beginn dieses Abonnentenspecials schon gesagt gehabt. Wenn doch mal, naja, De-Abonnierungen dabei sind, die dann vielleicht auch mal wieder die Zahlen ein bisschen nach unten purzeln lassen. Purzeln. Das wird dann ganz einfach, ähm, das Geld in der Flasche lassen und so lange warten, bis wir wieder auf dieser Zahl sind. Und ab dann, was da drüber ist, geht dann einfach wieder das Geld in die Flasche. So ist das ja von vornherein abgesprochen gewesen. Und jetzt müssen wir natürlich warten, bis die 244 wieder erreicht sind. Und da wir jetzt aber in den letzten zwei Tagen, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre, schon wieder, glaube ich, 10, 10, 15 Abonnenten dazugekommen sind, also sind wir da schon wieder auf einem guten Weg. Was jetzt natürlich auch von Nachteil ist, dass jetzt zum Beispiel das Abonnentenspecial von 250 Abonnenten natürlich da jetzt erstmal wieder in weiter Ferne rutscht. Da ist davon mal abgesehen, dass ich es jetzt gerade nur vorbereitet habe und noch nicht mal gedreht habe. Ich wollte es eigentlich schon ein bisschen aktuell machen, sodass man vielleicht noch die, möglichst die 249 sieht oder vielleicht auch das Ganze mit einer 250 schon filmen kann. Aber, naja, wie dem auch sei, werden wir sowieso mal schauen, wie sich das Ganze verhält. Aber ich möchte jetzt auch gerade mal mit diesem Thema abschließen, weil letztendlich YouTube hat sich mir gegenüber nicht geäußert, dass mir das irgendwie, naja, vorgeworfen wird. Und das ist ja schon mal wenigstens etwas Positives für mich. Da muss ich ja jetzt mal noch glücklich sein an dieser Sache. Weil hätten sie jetzt noch meinen YouTube-Account vorübergehend oder was weiß ich gesperrt, dann hätte ich ein paar größere Probleme. Naja, kommen wir jetzt aber auch gleich mal zu ein paar schöneren Nachrichten. Und zwar, wenn wir jetzt gerade von so einem Zuschauer kommen, kommen wir auch zu einem etwas mir lieber gesinnten Zuschauer. Und zwar ist es die Elise. Hallo Elise. Und Elise hatte ich ja schon ein paar Mal in den Stöpselkopf-Folgen schon mal angesprochen. Und ich zeige euch gleich nochmal einen Ausschnitt dazu. Und zwar hat mich nämlich heute eine E-Mail erreicht, gerade am heutigen Tag, wo ich jetzt auch diese Folge aufzeichne. Und zwar von einer 85-jährigen Elise. Zuerst mal gegrüßt an dieser Stelle. Und die setzt sich wirklich jeden Freitag 14 Uhr vor den PC, klickt das neue Video an, lässt es wohlgemerkt voll laden. Also vorpuffern, damit sie das wirklich auch in HD anschauen kann, weil ihre Internetleitung einfach zu langsam ist. Und sie hat mir auch jede Menge Anregungen zu alten Projekten noch geschickt. Und das fand ich einfach so wunderbar. Und ich dachte mir noch dazu, so viel Herzblut, wie sie da jetzt quasi auch in meine Videos reinsteckt. Und die Nachricht war natürlich auch ein bisschen länger gehalten. Und ich habe auch ganz einfach beim Lesen gemerkt, dass sie wirklich auch jede Sendung gesehen hat. Und ich dachte mir, so viel Herz muss natürlich auch belohnt werden. Normalerweise hätte ich jetzt an dieser Stelle ein DVD oder eine CD einfach an die Kamera gehalten. Elise, das kommt jetzt die nächsten Tage zu dir, sobald du mir auf meine Nachricht geantwortet hast. Da sind alle Folgen drauf, inklusive mit dieser hier, wenn ich sie dann bis dahin auch fertig bekommen habe. Aber davon gehe ich jetzt gerade mal aus. Dann kannst du dir wirklich jede Folge von mir in HD nochmal am PC so oft du willst anschauen. Und da brauchst du nicht Ewigkeiten vor dem PC hängen und warten und warten, bis das Video geladen ist. So kannst du dir wirklich jederzeit alles anschauen, was du möchtest. Und da hatte ich ihr ja versprochen, einen USB-Stick zu schicken, wo alles drauf ist. Da kann sie sich das in Ruhe in HD auf dem PC anschauen. Und da hat sie mir dann auch drauf geantwortet, dass es doch ein bisschen blöd ist, dass sie das immer am PC anschauen muss, weil ihr PC im Schlafzimmer steht und da ist es in der Regel nicht so warm, wie es im Wohnzimmer wäre. Und ob es möglich wäre, das Ganze auf DVD zu brennen. Und Elise, die kannst du dir jetzt natürlich alle in Ruhe anschauen. Es sind ja jetzt nun einige, einige DVDs, die du dir jetzt anschauen darfst. Und seit einiger Zeit mache ich das immer noch nach wie vor, dass ich Elise da halt wirklich die DVDs zukommen lasse, dass sie da auch Stöpselkopf in wirklich einer hohen Qualität anschauen kann. Sie hat mir auch schon mal gestanden, dass sie auch ab und zu schon mal so in schlechter Qualität schon mal Stöpselkopf angeschaut hat, aber dass sie dann trotzdem sehnsüchtig darauf wartet, die DVD von mir im Briefkasten zu haben. Das ändert sich allerdings jetzt, was haben wir jetzt für einen? Ach, wir haben ja schon den neuen Monat. Ab dem neuen Monat hat sie nämlich ein stärkeres, schnelleres Internet und das hat sie mir natürlich auch ganz stolz erzählt. Naja, für das ein oder andere ist das Lebensinhalt, aber für die älteren Generationen ist das jetzt nicht so der Stand, dass man sagt, da braucht man eine 50.000er Leitung oder was weiß ich, was sie jetzt auch für eine Leitung hat. Aber ich will jetzt gerade gar nicht so weit vom Thema abkommen, aber Elise möchte ich da immer wieder grüßen an dieser Stelle. Und die hat mir auch eine E-Mail geschrieben, das geht ja mit einer auch schlechten Leitung, relativ fix. Und diesbezüglich der letzten Folge von Stöpselkopf, war das die letzte Folge? Ja, die letzte Folge der Baubericht von dem Abonnentenzähler. Ich hatte das ja glaube ich schon in den letzten Stöpselkopf-News schon mal erzählt, dass sich da ein paar Neuheiten einschleichen werden. Allerdings beim Dreh habe ich ganz einfach auch festgestellt, weil da ist zum Beispiel so etwas, die eine Sache dabei, was ich ja auch schon in den News gesagt habe. Hier hat sie es Flashback genannt, was ich anders machen würde, wenn ich dieses Projekt nochmal bauen müsste. Viel anders machen würde ich jetzt an dieser Stelle ja nicht mal, weil dieser Abonnentenzähler, so wie er jetzt auch hier steht, naja, perfekt möchte ich ihn jetzt nicht nennen, aber er ist wirklich in der Dimension, er erfüllt das, was ich will. Er ist in jeder Hinsicht das, was er sein soll und mehr muss er auch nicht sein. Okay, für den nächsten Arbeitsschritt, der danach noch kommen wird, dann wird sich eher zeigen, ob der auch das ist, was er sein soll. Aber da würde mir zum Beispiel jetzt nicht wirklich irgendetwas einfallen, was ich anders machen würde. Was war noch? Irgendwas hatte ich ja noch. Ich glaube, das war es hauptsächlich zu dem Thema. Also, dass bei diesem Projekt zum Beispiel mir jetzt nichts einfallen würde, was ich anders machen würde. Habe ich auch in dieser Folge dann eigentlich auch ausgelassen, gerade aus diesem Grund, auch so ein bisschen unterbewusst, muss ich auch zugeben. Aber die Elise hat mir auch noch ein paar andere Veränderungsvorschläge geschickt. Zum ersten haben wir hier eine Einführung und die Idee zum Projekt. Das habe ich ja eigentlich auch schon eigentlich immer erzählt, warum und weswegen ich dieses Projekt baue. Also, da brauche ich, glaube ich, nicht mal viel ändern. Naja, Bauplan, Baubericht. Also, dann das letztendliche Bauen, möchte ich jetzt mal so interpretieren, so wie ich ja jetzt auch in dem Baubericht gemacht habe. Dann eine formschöne Präsentation, denke ich, ist in jedem Fall machbar. Und zuletzt den Flashback, was ich ja jetzt auch schon sagte. Das wird so der Inhalt eines Bauberichtes werden, weil ihr habt euch auch reg geäußert in den diversen Gruppen, dass ihr den Baubericht behalten wollt. Gut, ist eine klare Aussage, behalten wir auch so bei. Also, Stöpselkopf wird jetzt in den ganzen nächsten Folgen, naja, so aufgebaut sein, dass es häufiger mal mehrere Folgen sind zu einem Projekt. Das kommt ja auch relativ gut bei euch an, dass ihr den kompletten Bauprozess seht. Dass ihr seht, wie dieses nach und nach entsteht. Und da haben wir auch diese Woche auch schon das Projekt dazu. Das ist zum Beispiel jetzt auch so was Neues in den Stöpselkopf-News hier. Dass ich schon mal kurz umreise, was jetzt die nächste Zeit kommt, beziehungsweise was jetzt die kommende Woche auf euch zukommt. Das ist zum Beispiel jetzt die ersten Folgen von der Home-Werkstatt. Und zwar, das Projekt steht auch so unscheinbar hier neben mir. Also, das ist jetzt auch gerade noch im Bau. Die ersten drei, ich glaube, die ersten drei Folgen mittlerweile sind schon gedreht. Also, beziehungsweise im Schnitt. Also, die ersten zwei sind schon geschnitten und auch schon hochgeladen. Und für die letzten, also drei, also drei oder vier Folgen werden es mindestens. Und also quasi seht ihr, dass diese Woche und die nächste Woche ist auch ein umfassendes Projekt, möchte ich jetzt sagen. Was jetzt aber auch, sag ich jetzt mal, die Basis ist für die Home-Werkstatt an sich. Und ich muss jetzt gerade auch zugeben, die erste Folge, also wo ich die geschnitten habe, hatte ich schon des häufigeren Tränen in den Augen vor Lachen. Also, lasst euch gesagt sein, die erste Folge in jedem Fall ist, naja, legendär, kann man jetzt noch nicht sagen, aber schon sehenswert. Als nächstes, oh, habe ich auch wieder eine Einsendung bekommen. Also, eine Einsendung. Einen Kommentar bekommen, in dem steht, dass ich doch häufiger Einblendungen machen soll. Also, sprich, irgendwelche Sachen, die über die Woche passiert sind, also wie ich das jetzt schon mal gemacht habe. Was hatte ich denn da? Achso, wo ich das Kamerasystem bekommen hatte. Und was war denn das noch? Ja, jedenfalls, wo ich Sachen zugesendet bekommen habe von Zuschauern, Bekannten. Und habe das dann quasi einfach mal im Video-Form festgehalten und habe das in den News mit reingebracht. Und das möchte ich an dieser Stelle jetzt auch wieder tun, denn ich habe an, war das jetzt dies? Ja, diese Woche habe ich dann auch tatsächlich ein bisschen was für das Projekt eingekauft und durfte dann auch noch in dem Baumarkt meines Vertrauens noch etwas anderes mitnehmen. Wir haben heute den 26. September 2017, selbstverständlich. Also, nicht mal 24 Stunden nach den letzten Stöpselkopf-News und schon habe ich wieder was zu berichten. Und zwar, ich wollte einfach mal einkaufen für das aktuelle Homewerkstatt-Projekt und wollte eigentlich nur ein paar Holzleisten kaufen. Und das habe ich natürlich auch getan in dem Baumarkt meines Vertrauens, wo ja natürlich auch mein stiller Sponsor auch sitzt. Und eigentlich hatte ich vor, das Ganze einfach mit meiner Handkreissäge zu schneiden. Und natürlich bei den Mengen würde sich das natürlich ein bisschen hinziehen und habe Ihnen das auch so erzählt. Und kurz darauf meinte er natürlich auch, naja, da nimmst du noch eine Säge mit. Und nun hier steht auch dann mein neues Prachtstück, die dritte Maschine nun an der Zahl. Und dafür möchte ich mich natürlich auch an dieser Stelle auch einfach mal wieder bedanken, weil es ist natürlich nicht selbstverständlich, dass man jetzt mal hier einfach mal so eine Maschine mitnehmen darf für umsonst. Natürlich habe ich jetzt trotzdem auch das Holz selbstverständlich bezahlt, aber wenn man da noch kostenlos eine Säge mitnehmen kann, ist das natürlich umso praktischer. Und gerade jetzt ist es natürlich auch angebracht, mal so etwas gleich auch zu verwenden. Ein Traum. Und natürlich habe ich auch die Säge sofort für das erste Projekt verwendet, was ja auch hier hinter mir steht. Und da kann ich nur an dieser Stelle nochmal Danke sagen, weil es ist nicht wirklich gang und gäbe, dass man in den Baumarkt geht, irgendwelche Holzmaterialien kauft und dann einfach mal noch eine Säge mitnehmen darf. Und damit ist jetzt auch schon so gut wie eigentlich mein Arsenal an Maschinen eigentlich schon vollständig. Müssen wir mal noch schauen. Aber ein Schleifgerät wäre jetzt mal noch gar nicht so schlecht. Ja, so ein Tellerschleifer wäre vielleicht noch von Vorteil. Okay, fangen wir mit dem nächsten Thema an. Und oh, das ist auch schon das letzte Thema. Das geht ja heute ratzifatzi hier in den News. Da muss ich erst mal einen Schluck trinken. Und zwar ist es das Thema Wunschprojekte. Das hatte ich ja in der letzten Folge angesprochen. Und da gehen ja auch wirklich die Meinungen sehr extrem auseinander. Der eine sagt, die Wunschprojekte sollen einfach kommen, wenn sie fertig sind oder wenn sie wirklich einfach so in dem Stadium sind, dass man sie präsentieren kann. Ist der Meinung. Dann gibt es natürlich auch wieder andere. Dass ich das jetzt nicht unbedingt... Also Problem war ja ganz einfach an der Sache. Wenn ich solche Wunschprojekte fest mit in einer Staffel integrieren soll, dass man natürlich da ein Problem hat. Weil zum einen ab der ersten Folge geht ein neues Intro los. Das ist auch schon so momentan mein Problem, dass wenn wir ein Projekt über mehrere Folgen haben, dass halt das Projekt solche Intros hat und das Projekt dann ein anderes Intro. Ist schon, naja, okay. Und in Zukunft soll dann ja zum Ende der Staffel so eine Rückblicksfolge nochmal kommen. Und das sind die ein oder anderen halt der Meinung, dass ich jetzt nicht unbedingt eine Staffel mit 10 Folgen vollhauen muss. Dass es dann ja auch 15 Folgen sein könnten. Ja, also das ist so ein kontroverses Thema, wo wirklich die Meinungen auseinander gehen. Und ich habe mich aber auch eine ganze Weile darauf versteift, das irgendwie jetzt in einer Staffel unterzubringen. Und per Zufall bin ich bei einem anderen YouTuber, warum auch immer, auf den Adventskalender gestolpert. Und auf den, was? Auf den Adventskalender gestolpert? Über den Adventskalender gestolpert. Und ich dachte mir, hmm, Adventskalender. Jeden Tag eine Folge. Für Stipselkopf wäre das auch machbar. Also, mein Gedanke ist jetzt momentan. Ich habe jetzt das Ganze nämlich jetzt so aufgesplittet, dass ja ab der 141. Folge jetzt nicht die Rückblicksfolgen kommen. Wie es ja eigentlich der ursprüngliche Plan war. Dass ihr da eine komplette Staffel einfach durchweg quasi diese Rückblicksfolgen seht. Was ihr jetzt auch nicht wirklich, hmm. Aber der Dezember bietet sich für mich jetzt gerade persönlich auch aus einem Grund noch mehr an. Bis dato hätten wir dann noch, glaube ich, dann noch ein oder zwei Staffeln mehr da drin. Wir hätten einen Adventskalender drin. Also quasi im Dezember, dass ihr wirklich dann ab dem 1. Dezember bis zum 31. Dezember wirklich jeden Tag eine Stöpselkopffolge seht. Und im Dezember ist ja sowieso so die Rückblickszeit, wo man auf das Jahr zurückblickt und schaut, was man alles gemacht und getan hat. Und ich glaube, da bietet sich das umso mehr an. Dass man ganz einfach sagt, dass die ganzen Rückblicksfolgen im Dezember kommen. Und ich glaube, das wird dann auch die nächsten Jahre dann vielleicht einfach so werden, dass wir im Dezember diese kompletten Rückblicksfolgen der Staffeln einfach nochmal da reinhauen. So haben wir wirklich einen schönen Rückblick auch von dem ganzen Jahr. Und das wird jetzt nicht nur Adventskalender an sich sein, sondern die folgenden Sachen, die halt quasi, also in diesem Fall wären das ja, wir haben jetzt die 15. Staffel, 16, 17 Staffeln, 16, 17 Staffeln wären das ja bis dahin sein. Und da sind natürlich bis zu 31 noch Tage übrig. Und was könnte man da reinnehmen? Hm, lasst mich überlegen. Hm, vielleicht die Wunschprojekte. Also das ist jetzt gerade so mein Plan, der mir jetzt einfach mal so durch den Kopf gegangen ist, wo ich den Adventskalender gesehen habe. Und das Projekt Adventskalender war jetzt sowieso schon, glaube ich mal, letztes oder vorletztes Jahr schon mal ein Thema, wo ich mir 31 Kerzen gekauft habe und dachte, ich mache hier einen Adventskalender über 31 Tage. Ja, ist ja jetzt auch erstmal dahin gesagt. Also das ist jetzt gerade so mein grober Plan, den ich für den Dezember habe. Und ich finde eigentlich so das Konzept an sich wirklich eigentlich auch überzeugend. Also ich weiß jetzt nicht, was ihr dazu sagt. Also ich finde das in jedem Fall eine schöne Sache und eigentlich eine schöne Idee. Okay, aber natürlich seid auch ihr an dieser Stelle gefragt, was ihr davon haltet, ob wir das so machen sollen, wie ich es jetzt gerade grob umrissen habe oder ob wir das anders aufstaffeln. Und apropos Staffeln, muss ich gerade noch dazu sagen. Also soll dann quasi auch der reine Dezember, also vom 1. bis zum 30. quasi eine Staffel sein. Ja, jetzt gehe ich gerade wieder. Manchmal muss ich mir echt ein bisschen besser überlegen, was ich sage und wie ich es formuliere. Das ist dann halt eine spezielle Staffel, die dann halt wirklich auch von der Norm abweicht. Weil ich will das eigentlich schon beibehalten, dass eine Staffel 10 Folgen hat und nicht mehr. Punkt aus. So war immer Stöpselkopf und ich glaube, das sollte man zumindest beibehalten. Weil so kann man auch wirklich immer schön sagen, von der und der Folge bis zu der und der Folge ist das Intro. Ab der Folge ist dann das nächste Intro und so weiter. Und ich fand das einfach immer schön und das ist eigentlich auch für mich immer optimal gewesen. Und deswegen denke ich, werden wir das auch so beibehalten. Bis auf, wie gesagt, im Dezember, da ist halt eine separate Staffel über 31 Folgen geplant. Was dann ja aber mehr oder weniger auch sowieso der Adventskalender ist. Adventskalenderstaffel, nennen wir es jetzt mal ganz einfach. So, und mir fällt gerade auf, ich habe ja hier noch eine zweite Seite von meinem Newsblatt. Oh nein. Ach ja, Tatsache. Und zwar, ich habe ja vor einiger Zeit dieses Community-Projekt mit dem PC gehabt. Das ist ja jetzt noch nicht vollendet. Das Projekt läuft ja eigentlich mehr oder weniger noch. Das kommt ja jetzt übernächstes... Ne. Ach nee, wir haben ja jetzt... Rückblicksfolgen sind ja raus. Da kann das jetzt quasi in der nächsten Staffel ja schon wieder auftauchen. Naja, wie gesagt, schauen wir ganz einfach mal. Und das Thema ist nämlich auch, es geht um einen anderen PC. Das stelle ich mal gerade so hier hin. Und zwar, ich brauche jetzt nämlich für meinen Abonnentenzähler und den anderen Zähler, der dann auf der anderen Seite stehen wird oder steht, einen separaten PC. So, das sind die Teile von meinem alten PC. Und den muss ich jetzt wohl oder übel ja wieder zusammenbauen. Wo ich mich jetzt auch frage, warum habe ich den damals zerlegt. Obwohl, man braucht immer mal PC-Teile. Und da müsste ich mir jetzt natürlich wieder ein PC zusammenbauen. Ich habe jetzt lediglich noch ein uraltes Gehäuse, wo mein jetziger PC mal drin steckte. Und den werde ich mir jetzt quasi etwas umbauen. Also sprich, dass ich ihn vielleicht eventuell in einer Größe habe, sodass ich ihn ins Regal mit ins Studio so stellen kann. Ja, so ist jetzt gerade der erstmalige Plan. Und da müsste ich mir jetzt, wie gesagt, gerade auch ein Gehäuse selber bauen. Jetzt ist die Frage, ob ihr das jetzt gerade als ein Stöpselkopf-Projekt ansehen würdet. Wie gesagt, ich würde ihn jetzt schon einigermaßen so bauen, dass er halt wirklich auch ansehnlich ist. Und dass er sich auch ein bisschen in das Thema Stöpselkopf mit eingliedert. Und natürlich in das Studio allgemein. Und jetzt ist die Frage, wollt ihr so etwas sehen, wie ich das baue? Also ich denke jetzt nicht, dass ich ein riesengroßes Projekt draus machen werde. Also das wird dann, denke ich mal, auch wenn es jetzt wirklich mal stundenweise Material wäre, würde das, denke ich, alles in eine Folge komprimiert werden. Weil ich denke, irgendwann ist das Thema mal ausgelutscht. Und mir jetzt stundenlang zuzuschauen, wie ich jetzt hier irgendwelche Teile schleife oder für Komponenten zusammenbastle, ist, denke ich, auch nicht Thema, Lösung. Aber, wie gesagt, ihr seid erst mal an dieser Stelle gefragt, ob ihr so etwas überhaupt sehen wollt. Und damit bin ich jetzt auch tatsächlich mit meinen News-Sachen durch. Wir sehen uns selbstverständlich nächsten Montag zu den nächsten News wieder. Ansonsten Mittwoch 14 Uhr oder Freitag 14 Uhr zu den eigentlichen Stöpselkopf-Folgen. In diesem Sinne, macht's schön gut. Bis dann. Ciao. Ich kann hier nicht wegrollen.